Die Künstler Acrylfarben Lasko Studio Mischweiss und Mischschwarz sind halbtransparente Farbtöne. Mischweiss erlaubt ein differenziertes Ausmischen leuchtender Pastelltöne. Mit Mischschwarz gelingen realistische Schattenfarben mit natürlicher Ausstrahlung. Erfahren Sie in diesem Film die Unterschiede der Ausmischungen im Vergleich zu den deckenden Titanweiss- und Carbon-Schwarztönen. Bei Weissaufhellungen zeigt sich die Qualität einer Farbe. Hochwertige Farben wirken auch nach dem Beimischen von Weiss rein und behalten ihre Farbkraft. Das Lasko Studio Mischweiss ergibt besonders helle, brillante Farbtöne. Für verhaltenere, pastellige Farbtöne und einen stark deckenden Farbauftrag eignet sich das Studio Titanweiss am besten. Mit Lasko Studio Mischschwarz sind natürlich wirkende Schattenfarben keine Herausforderung mehr. Das differenzierte stufenweise Abdunkeln gelingt auch Einsteigern nach Wunsch. Wer es noch dunkler mag, greift beim Mischen zu Lasko Carbon-Schwarz, dem tiefsten Schwarz der Studio Farblinie. Musik 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 Möchten Sie noch mehr wissen? Detaillierte Anleitungen zu unterschiedlichen Anwendungen können Sie gerne von der LASCO-Website www.lasco.ch downloaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017